Zwei Pferde vor Schluss. Christian Kuckuck mit seinen ersten beiden Pferden auf eins und auf zwei. Beruhigtes Reiten hier mit seinem dritten Pferd. Der 654 Sinne Day. Sechsjähriger Westfälzer Hengst vom Sinne Dien mal Polidor. Hans-Georg Ottmann, der Züchter von Sinne Day. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Noch mal eine tolle Runde. Hier sind der Christian Kuckuck.